Fangen wir schon mal an, hier die Wände noch zuzumachen. Wie machen wir das jetzt am besten? Am besten erstmal... Okay, direkt unter uns ist Lava. Ich versuche wieder hochzukommen. Oh! Okay, okay. Ich baue hier auf dem Boden eine Plattform. Okay, hier dieser rote Stein, das ist das Erz, das wir brauchen. Äh, der Zug ist da. Ja, aber der große. Der rote Stein überall ist das Erz, das wir brauchen, aber wenn man so ein Ding abbaut kommt... Warte, kannst du hier sehen. Navarroos. Jo. Und wir müssen dir nachher noch, das ist mir gerade eingefallen, einen Obsidian-Schädel craften, den habe ich nämlich gerade ausgerüstet, dadurch brenne ich nicht von diesen Steinen, weil die funktionieren genauso wie Meteoriten, die Höllensteine. So eine Höllenschmiede brauchen wir auch. Was wir machen müssen, ist auf jeden Fall quer durch die Hölle eine gerade Linie. Eine gerade Plattform, die komplett durch die Hölle geht. Ist hier irgendwie einrichten. Ja, das dürfte eigentlich gehen, einer beschützt und einer baut es dann immer. Boah. Müssen halt nur genug Baumaterialien haben. Ja, ich habe noch 388 Steine. Das reicht schon mal für ein bisschen. Ich habe es noch knapp 100. Okay, ich bin jetzt. Boah. Ich muss jetzt natürlich erstmal schauen. Warte, bleib noch mal kurz ein bisschen zurück. Ich will mir überlegen, ob wir vielleicht tauschen, weil wenn du doch getroffen hast und dir die Lava fällst, ist das scheiße. Dass ich dann vielleicht eher im Abgrund stehe mitbauen. Ich muss erstmal kurz auf die Karte schauen. Ja, nach rechts ist eine gute Idee. Gehen wir nach rechts. Das ist die Abtrendung, die wir am weitesten haben. Toll, die Tür ist ein bisschen tief. Wir müssen hiervon sowieso was abbauen, weil die Wände sind uns nachher im Weg. Ich gehe mal kurz runter. Schauen wir mal kurz nach. Die Häuser sind natürlich super. Mit denen kann man relativ safe den Höllenstein abbauen, ohne wirklich Gefahren auszulaufen. Achtung, ich höre schon wieder Dämonen da links. Irgendwo da habe ich was gehört. Ne, jetzt höre ich. Ne, da wieder. Jetzt höre ich. Das ist glaube ich ein Imp. Die schießen diese roten Feuerwelle. Okay, gehen wir mal weiter. Warte mal weiter bis zur nächsten Hauswand. Ja, ist zu lang, bis meine Steine leer sind. Okay, reiß die Wand ein. Ich mach die. So weit hoch wie du kannst. Abbauen und dann weiter geradeaus. Ich hab noch 5 Blöcke. Da, Achtung. So. Keine Blöcke mehr. Ich mach mal weiter. Ups. Das sind die arschigsten Viecher, weil die durch die Wände durchschießen. Okay, hier müssen wir eine Treppe einbauen. Warum? Achso, ich seh es gerade, ja. Durch so. Durch so. Durch so. Durch so. Durch so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab noch keine lilane Kiste gefunden, das ist doof Was kann denn da drin sein? Das sind die, die wir mit den Schattenschlüsseln öffnen, da können manchmal ganz schöne Sachen drin sein Ich hab übrigens auch noch für deinen Bogen Hier hab ich eben aufgesammelt Moment, wo sind die denn hin? Ne, die nicht Hä, bin ich jetzt blind? Da sind sie, bitteschön Höllenfeuerpfeil Oh Was sind denn eigentlich die stärksten Pfeile? Äh, das ist ne gute Frage Ich weiß gar nicht, was es im Hard Mode noch für neue Pfeile gibt Aber die Höllenfeuerpfeile sind schon nicht schlecht Die explodieren beim Aufprall Okay, das ist jetzt doof, das ist ein brennendes Haus, da kannst du nicht drinnen stehen Äh, da muss ich auf jeden Fall mit Steinen ausbauen, da wo wir entlanglaufen Ich seh ich auch keine Kiste Ich soll erstmal auf der Karte schauen, wie weit der Weg ist Der könnte eigentlich sogar schon weit genug sein Um den Gegner zu beschören Ich hab grad auf die Karte geguckt und hab so viel angefangen Um ihn halt zu bekämpfen, den Boss Um ihn halt zu bekämpfen, den Boss Um ihn halt zu bekämpfen, den Boss Ich würde sagen bis zu dem Haus noch und dann ist Ende des Weges So das ist unsere boss arena Unser eigentliches ziel ist es jetzt erst die lange kisten suchen und vor allem höllen steine abbauen Hier sind noch mal höllenfeuer pfeiler erstmal alles was wir nicht brauchen in den müll Marmorblöcke Links sehe ich noch so ein brennendes gebäude Schauen ob ich da was sehe Oh das war's Ich sehe hier soweit keine kiste Muss wahrscheinlich eher richtung links gehen Ja stimmt ich konnte eh nicht Also fangen wir mal mit dem haus hier an um höllensteine abzubauen Die häuser sind sehr gut gelegen weil Hier zum beispiel hier kannst du mal hinkommen Hier auf die etage Hier da kannst du den höllenstein durch die wand abbauen ohne dass du die obsidian wand abbauen musst Das heißt du bist von der lava sicher Sehr gut Ich fang hier auf der anderen seite schon mal an Ich bin hier auf der anderen seite schon mal ein bisschen ich will in den Oh, okay. Okay, komm, hier drüben mal nicht rein, ich mach mal hier was riskanteres. Ich hab nämlich hier auf der Seite, bei denen waren ein paar Höllensteine, an die kam ich nicht mehr dran und deswegen will ich die Lava hier unten reinfließen lassen. Ich mach mal hier die zu. Ich die Lava hier reinfließen, damit ich an die Höllensteine dran komme. Okay. Kannst vielleicht schon mal nach links zum nächsten Haus weitergehen. Okay. 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 Okay.